steht allerdings noch aus. Auch in Köln haben Mitarbeiter des Essenslieferanten Deliveroo gegen schlechte Arbeitsbedingungen protestiert. Laut Gewerkschaft Nahrung und Genuss Gaststätten versuchte Deliveroo beispielsweise einen gegründeten Betriebsrat durch Reduzierung der festangestellten Mitarbeiter wieder aufzulösen. Darüber hinaus müssten alle Fahrer ihr Fahrrad selbst stellen und in Schuss halten. Freie Mitarbeiter müssten Versicherungen und Sozialbeiträge selbst zahlen. Gezahlt werden muss ebenso das Handy, das wegen spezieller Apps für den Dienst unabkömmlich ist. Mitarbeiter mit Vertrag erhalten 9 Euro pro Stunde, freie Mitarbeiter 5 bis 6 Euro pro Lieferung.